Weiter geht's. Das letzte Mal im Kingdom Hearts sind wir in das Kopf überzummen gegangen. Einmal haben wir Goofies hässliche Fresse voneinander gesehen. Und ja, wir sind kurz davor das letzte Licht ausmachen. Wir machen es an. Alle Lichter sind an. Gleich seht ihr die Schatten. Sie sind in diesem Raum, aber nicht hier. Die Schatten schnappen sich vielleicht auch Herrn Knauf. Und wir wissen ja noch, wer Herr Knauf war, oder? Moment, Moment. Wo ist er? Da unten ist Herr Knauf. Das heißt, wir müssen wieder den ganzen Weg zurück. Aber wenn ich mich recht entsinne, gab es noch einen kürzeren Weg. Da konnte man nämlich irgendwie... Hier runter, aber ich weiß nicht mehr. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Egal. Okay, wir laufen jetzt einfach mal zurück. Wow! Fuck! LOL! Was war das denn? Was? Oh! Jetzt nehm' wir hier raus. Lol! Okay, wo... 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 Fonden! Okay! Jetzt laufen wir nochmal die ganze Glenden zurück. herzlosen die jetzt hier kommen dass ich einfach mal aus was bist du denn ich will hier durch oh Gott bist du putzig warte mal ich kenne nicht doch irgendwo her woher kenne ich euch ich kenne euch ich habe euch mal irgendein special video von Keywords 2 mir gehen wir zum Erdstribon von wo aus gehen wir jetzt hier lang 2 und hier geht es endlich los von oben habt ihr eine bessere Übersicht ich bin die Tiere jetzt an und die Schatten sollten bald hier sein seid ihr auf das schlimmste gefasst wenn nicht Pech gehabt Boss Fights dieses Mistvieh ist eigentlich totales Scheiß ich weiß auch gar nicht mehr wie das viel ging naja es hätte das Rasen und kein Feuer machen stimmt's ja ich muss es mit Eis bekämpfen das weiß ich noch ich habe das irgendwie mit Eis bekämpfen ich will auf den Tisch Gott verdammt das scheiße boah meine Fresse oh oh scheiße ich kann nur die nein stirb oh oh ist gut ich bin auf den Stuhl ich bin auf den Tisch oder ach Gott verdammt jetzt danke nein jetzt Damage stirb gewollt gewollt das scheiße und geht auf den Tisch drauf drauf stirb drauf 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 ja genau nur den Kopf anschliegen und dann draufziehen ah der Orton als aber bitte kommen ich habe doch das Elixir geben zerschönen vorecker ja stirb auch und jetzt ist angepasst glaube ich und jetzt drauf zack 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 alle Junge ich bin der Keyblade Master ich fass mich nicht an ui schnell auf den Tisch oh 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 da ist etwas angepistet ich bin stolz ich bin Arzt Halt nein ui 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 hier doch war doch das nicht drauf was ist mit gut wie los doch jetzt da macht schon 4 warum ist gut ist gut 8 Mann du es sollst du siehst sagt auch nein vor Ort vor Ort so wird es jetzt und woher so wie er ist es ordentlich und damals die Stärken jawoll das Maximum Appell hoch sehr schön Ha! Du Missgeburt! Und schon wieder ein Herz. Was hat das zu bedeuten? Flammenwall erhalten. So ein Lärm. Wie soll ein Türknauf da Schlaf finden? Ah, das Schlüsselloch. Und versiegelt. Was war das? Habt ihr es gehört? Als ob etwas geschlossen wurde. Dieser Gummistein ist nicht wie die anderen. Okay, ich werde ihn nehmen. Navi-Gummi-Nia erhalten. Ausgezeichnet. Du bist ein Held. Falls ihr alle sucht, sie ist nicht hier. Sie ist verschwunden. Verschwunden mit den Schatten in die Dunkelheit. Zurück zum Gummi-Jet. Wir werden in anderen Welten nachher suchen. Wir müssen zu einem Speichepunkt, um zum Schiff zurückzukehren. Wir müssen zu einem Schiff zurückziehen. Ja, ne. Ist klar. Achja, so. Wir speichern. Wir speichern. Wir speichern. Wir speichern. Wir speichern. Und ab in den Gummi-Jets. Auf, auf. Und davon. Wir haben einmal hier eine neue Welt. Und hier haben wir eine Welt. Doch zuerst reisen wir zurück in die Stadt Traverse. Alles. Und jetzt wird's lustig. Wir fliegen. Juhu. Juhu. Wuhu. Yeah. Party. Oh Mann. Wow. Das heißt, ähm, das Prinzip bei den Zurückfliegaktionen ist solches, dass wir den Weg zurückfliegen, den wir zuerst gegangen, äh, den wir zuerst geflogen sind. Das ist eigentlich das alles, was wir machen. Oh nein. Oder die Oh nein. In Thebreskunde. Oh nein. Ich glaube nur ein Blutbe fricklucht. Oh nein. Da. Oh nein. Wir громkätzchen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was war das jetzt gerade? Ein Spritgummi? Ach, was weiß ich. Und sind wir jetzt da? Oh! Holy shit! Das war klar. Kaputt, kaputt, komm! Kaputt! Ein Aero. Ari, man! Was ist Ari, man? Okay. Das kenne ich nicht. Ah. So, das war's jetzt aber, oder? Juhu! Davon ist die Stadt Traverse. Traverse Tower. Stopp! Stopp! Oh, springen wir alle um! Okay, wir landen mal... ...im Accessoire-Laden. Okay. Ja, okay. Hi, Syd. Was brauchst du? Ähm, ich vordies habe. ich werde was kommt das schöne ist ein fleißring bräuchte ich versorgen ich noch etwas verkaufen in der truhe das ding hat 5 ich bin das ist er verschwinden sagen was den Land und es ist ein Gräuchttichmann und gibt es gut so um die Zungen bald laden Maximum App oder muss aufstehen Kofi, Protestsache, Afering Alle Fallschirm, Minus 20, Maximum, AP Da wird kauf, cool Das ziehe ich an Dann kriegt Donuts einmal den Flysring Und Kofi kriegt die Protestkette Und Abilities kennen wir jetzt Ja nochmal einen Combo Plus hinzufügen Und ja Soviel dazu Wir gehen noch kurz raus Gehen noch mal ein paar Potions einkommen Oh leider noch verschlossen Hab ich die schon aufgemacht Ja Habe schon Neuer einmal der Brief Oder was war da drin Ich weiß gar nicht mehr So was machen wir jetzt Und Ne da ist ne rote Triotec Ich glaub die kann nicht schon einraben Ne da noch nicht Ne da noch nicht Okay Jetzt würde ich sagen Mach ich hier nochmal Kurzen Schnitt Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bei Kino Marz Wenn wir dann eine neue Welt betreten Also Bis dahin Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal